Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mehr als gespannt, denn endlich ist ein Produkt in eine neue Limited Edition gekommen, auf das wir schon eine Weile warten. Und heute habe ich für euch die Cherry Blossom Limited Edition von Rival Love's Me. Und wir werden schauen, ob die Produkte, die wir mit Spannung erwartet haben, wirklich gut sind oder nicht. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Ich sehe ein bisschen blass um die Nase aus. Es kann daran liegen, dass ich vorgestern extrem krank war. Gestern war es okay und heute ist alles eigentlich wieder gut. Ganz komisch, aber Make-up tut uns immer etwas Gutes. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keinen Zeit und fangen direkt an. Denn vielleicht erinnert ihr euch, vor einem Jahr, habe ich mein eigenes Produkt oder meine eigene Kollektion mit Rival Love's Me rausgebracht und da war ein Puder dabei. Das gibt es ja so nicht mehr und ich habe mir immer gewünscht, dass das Puder auch nochmal in Rosa rauskommt. Ihr wisst ja, ich liebe das Cherry Blossom Puder von Huda Beauty. Es ist eines meiner liebsten Puder. Ich liebe diesen leichten, pinkigen Touch. Er passt a. perfekt zu meiner Hautfarbe und b. passt er perfekt dazu, um dunkle Augenschatten so ganz leicht zu korrigieren. Und guess what? Hier ist es von Rival Love's Me. Das ist im Prinzip, denke ich zumindest, dasselbe wie meins, nur halt in Rosa. Wir wissen das mittlerweile. Rival Love's Me testet immer in Limited Editions Produkte, ob sie gut funktionieren, ob sie vielen Leuten gefallen. Und meine Hoffnung ist sehr, sehr groß, deswegen bin ich da super gespannt drauf. Es gibt natürlich aber auch in dieser Limited Edition zwei Nagellacke. Einmal in so einem super süßen Fliederton. Der hat nur einen ganz, ganz zarten Schimmer, ist so ein bisschen glazed, wie so ein Glazed Donut. Und wir haben einen Pastelton mit, ja, so ein bisschen gröberen silbernen Schimmer mit drin. Nagellacke, keine Ahnung. Oma Maxim sagt aber, sie ist sehr zufrieden mit den Nagellacken von Rival Love's Me. Deswegen glauben wir Oma Maxims Review. Es gibt aber auch noch etwas anderes. Das packe ich euch wieder in Verlosung. Das sind kleine Make-up Schwämmchen. Drei Stück sind mit drin. Ich muss sagen, auch das Design der Verpackungen gefällt mir hier wieder ganz besonders gut. Wir haben so ein paar Blumen mit drauf. Und es ist ja jetzt auch in den nächsten Wochen die Kirschblütenzeit in Japan, glaube ich. Und an dieses Thema ist diese LE auch angepasst. Wir haben hier drei kleine Schwämmchen mit drin, mit denen man sehr detailliert arbeiten kann. Brauche ich jetzt nicht. Foundation habe ich schon ein bisschen drauf. Ich muss jetzt aber, ich muss das Puder jetzt ausprobieren, Freunde. Ich kann nicht mehr. Damit ich nicht ganz so fahl und leblos aussehe, trage ich mir erstmal hier ein bisschen Bronzer und Contouring auf. Das sind Tatsache diese Match Sticks von Fenty. Mag ich eigentlich ganz gerne, weil sie sehr schnell und sehr unkompliziert sind. Und man sieht dann recht schnell wieder ein bisschen belebter im Gesicht aus. Concealer lasse ich einmal kurz antrocknen. Das Puder kommt in so einer kleinen Verpackung. Mag ich sehr gerne das Design. Auch hier wieder die Cherry Blumen mit drauf. Und hier sind 5,5 Gramm mit drin. Das ist jetzt erstmal ein bisschen wenig. Aber wir kennen das Spiel. Es kommt dann irgendwann zum nächsten Update. Bestimmt hoffentlich, wenn es gut ist, in die Theke. Blende mir einmal den Concealer ein bisschen aus. Ich tue euch ein kleines Stückchen näher. Das Ganze hat so ein Dreh-Siphon. Also man kann das drehen, dann ist es geschlossen. Mag ich sehr, sehr gerne. Und du kannst es hier auch in den Deckel machen. Ich weiß nicht, ob ihr die Farbe erkennt. Ja, doch, kann man gut erkennen. Es ist tatsache recht rosa. Es ist ein anderes rosa als das von Huda Beauty. Das von Huda Beauty ist eher ein bisschen heller, ein bisschen weißlicher. Das wird wahrscheinlich noch pinkiger sein, was prinzipiell besser ist. Übrigens, die LE soll in KW11 in die Drogerie offiziell kommen. Ihr kennt das Spiel. Manchmal ist es ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später da. Also haltet auf jeden Fall ein bisschen die Augen offen, wenn ihr in die Drogerie geht. Ich nehme jetzt erstmal eine kleine Menge davon in den Deckel und ein Microfiber Multitool Mini. Da ich jetzt nicht weiß, wie das Ganze funktioniert oder wie das Puder ist, gehe ich erstmal vorsichtig in einer dünnen Schicht mit drauf. Sie schreiben, es ist ein Baking-Puder. Ich arbeite mir das aber immer erstmal in die Hand ein und nehme dann die dünnste Schicht erstmal unter die Augen, dass ich die Oberfläche so ein bisschen fixiert habe. Und dann kann ich mit der nächsten Schicht rüber gehen und das Ganze wirklich Baking. Es ist tatsache ein Stückchen rosa, aber nicht so doll wie gedacht. Also oft ist es so, dass diese gefärbten Puder dann auch wirklich, es sei denn, ihr habt Hautfarbe Alpina-Weiß, dann habt ihr vermutlich auch nicht so starke Augenringe. Das ist ja bei Hyperpigmentierung, also wenn ihr ein bisschen dunkler seid und dann dunklere Augenschotten habt, ist das oft so. Ich arbeite mir das Ganze aber mal gut ein. Ich kann auf jeden Fall einen rosanen Touch erkennen. Wahnsinn. Und es hat perfekt mattiert. Ich mache das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Ich spanne das Auge, dünne Schicht, erstmal fixieren und im Prinzip würde das schon reichen. Also ihr seht sofort, wie das rosa ganz leicht korrigiert und dann könnt ihr punktuell immer so ein bisschen mehr arbeiten, da wo ihr wirklich die stärkste Verfärbung habt. First Impression, grandios. Mit dem Rest gehe ich tatsache auch so ein bisschen in einen Puderpinsel und trage mir das Ganze übers gesamte Gesicht auf. Wenn ihr einen rosanen Unterton habt oder oft zu gerötete Haut neigt oder so leicht rötliche Haut neigt, dann funktioniert das immer ganz gut, um eure Foundation mini, minimal farblich anzupassen. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich sehe immer noch ein bisschen blass aus, ne? Aber unter den Augen, top. Sehr, sehr gute Alternative für das Luder Beauty Puder, muss ich sagen. Also für den Preis natürlich sowieso, aber auch von der Farbe her gefällt mir das sehr gut. Und wenn euch das zu rosa ist, könnt ihr euch das ja auch in euer anderes Puder mit reinmischen für einen leichten Hauch. Ich brauche ein bisschen Blush, ich brauche ein bisschen Farbe im Gesicht. Love it. Sehr, 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 sehr große Empfehlung. Es gibt noch was anderes. Eine Lidschattenpalette. Ein bisschen pastellig. Ihr wisst es, ich bin nicht so die größte Pastellmaus, aber man kann mit Pastellfarben immer schöne Sachen machen. Vor allen Dingen so Innercorners oder sehr zarte Looks. Gerade jetzt für den Frühling, muss ich sagen, da kann man schon was draus machen. Mir persönlich fällt es immer schwer, daraus ganze Looks zu machen. Liegt aber einfach daran, dass ich aus einer Zeit komme, wo man 17 Farben Cut-Crease-Looks gemacht hat. Heutzutage, die neue Beauty-Generation ist da ein bisschen anders. Wir haben drei, sechs, neun, zwölf Farben mit drin und ich bin überrascht, wir haben wirklich auch einen dunklen Ton, den ich gleich unbedingt benutzen möchte. Alles so ein bisschen pastellig, alles thematisch in diese Cherry Blossom-Richtung reingegangen und auch hier passt es Tatsache sehr, sehr gut zu der Lidschattenpalette und zu dem anderen Produkt, was wir noch haben. Da bin ich sehr gespannt. Ich starte mit einem fluffigen Blenzel aus dem Letizia und Maxi Pinsel Set und gehe als allererstes hier oben in diese Farbe. Ich gehe bei den Rivalas Mieschatten immer ein bisschen vorsichtiger. Die haben immer so ein bisschen Kickback, aber das ist nicht schlimm. Ich sage es nochmal für euch, weil ich da oft Kritik für kriege. Freunde, wenn ich drei Euro für eine Lidschattenpalette ausgebe, ist mir das Wumpe, wie viel Kickback eine Palette hat. Bei einer 100 Euro Lidschattenpalette, da zählt jedes Milligramm. Aber bei drei Euro, Hauptsache sie performt am Ende gut und das ist überraschend. Ich blende das Ganze gleich hier mit diesem etwas pastelligeren Babypink aus. Oh ja, sehr, sehr schöne Farbe. Ich liebe Pink. Ich liebe Pink und ich liebe Lila im Moment. Das ist für mich so die Farbe oder sind die Farben, die einfach sehr, sehr schön sind. Ihr merkt schon wieder, ich gehe schon wieder in diese typische Richtung. Ausblenden, verdunkeln, Cutcrease. Das ist halt das, was ich kann. Was anderes kann ich nicht. Nice. Wir machen auf der einen Seite rosa, auf der anderen Seite blau. Auf der anderen Seite starte ich hier mit diesem Ton. Der wird vermutlich ein bisschen softer sein. Ich glaube, wenn man eine feuchte Base benutzt, dann würde es gehen. Das Blau ist jetzt tatsächlich nicht so meins für das, was ich machen möchte. Wenn man nur so ein Flasch haben möchte an Farbe, könnte das aber funktionieren. Und ich habe natürlich jetzt auch einen Blendepinsel genommen. Deswegen gehe ich jetzt mal mit dem Packing Brush hier unten in dieses dunkle Blau und nehme mir das Pigment hier raus. Und ja, da kommt schon ein bisschen mehr. Ist halt eine Pastellpalette. Ich finde, das ist immer ganz clever. Bei Pastellpaletten, da kannst du dann halt nicht sagen, die ist mir zu soft. Das ist das Ziel für ein Pastell. Okay, nein. Also, die rosa Seite bis jetzt natürlich deutlich besser. Rosa ist aber auch wesentlich einfacher als Blau. Ich gehe auf der anderen Seite in diesen dunklen Burgunder Pflaumeton. Der hat gar keinen Kickback und der wird wahrscheinlich extrem sein. Wow. Ich arbeite mir den erstmal hier außen hin und probiere den mit diesem kleinen Pinsel so ein bisschen auszublenden. Und auf der anderen Seite verdunkle ich mir das Ganze auch nochmal so ein bisschen. Also, das hätte für mich, das Blau hätte für mich persönlich ein Stückchen dunkler sein können. Aber ihr seht das, man kriegt auf jeden Fall Farbe rauf. Man muss hier halt ein Stückchen aufbauen oder eine feuchte Base benutzen. Ich bin aber sehr gespannt, denn die Schimmertöne will ich jetzt gerade noch nicht benutzen. Es gibt noch was anderes, auf der blauen Seite zumindest. Und zwar ist das ein ultra glänzender Crystal Eyeshadow Topper, Schimmerakzenter. Schaut euch das mal bitte an. Sekunde. Das kann man so aufdrehen. Packaging ist ganz süß. Und dann hast du hier einen sehr, sehr flakigen Lidschatten. Uh, krass. Uh. Sehr grober Schimmer. Oh, wow. Der hat eine gute Base, der klebt. Also, der ist sticky, der ist nicht trocken. Schaut euch das mal an. Ah. Krass. Okay. Also, das ist, ähm, ein sehr grob glitzernder Lidschatten Topper für ein Highlight. Kann ich mir sehr gut als Festivalprodukt vorstellen. Oder wenn man so ein bisschen, ein bisschen extravaganter sein möchte. Ich hätte eine Base drunter setzen müssen. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal kurz in diesen grünlichen Blauton und setze den rüber oder runter. Krass. Also, das ist schon krass, ne? Das ist kein Schimmerton. Hier gehe ich, oder kein zarter Schimmerton. Auf der anderen Seite gehe ich in diesen zarten Rosé-Ton. Ich weiß gar nicht, welche Seite mir besser gefällt. Tendenziell würde ich jetzt fast sagen, diese hier. Weil ich rosa liebe. Blau, ich mag diesen Topper halt sehr gerne, ne? Der ist sehr, sehr flaky. Also, da müsst ihr aufpassen. Aber für so einen Akzent, Wahnsinn. Was mir auffällt, ist, die Schimmerpartikel legen sich sehr, sehr gleichmäßig. Also, ihr habt keine Stellen, die so fleckig sind. Das ist natürlich Glitzer, ganz klar. Oh, wow. Uh, it's a lot today. Ich ziehe mir meinen blauen Liner. Vielleicht ist es dann nicht ganz so viel. Also, mit einem Liner finde ich es auch krass. Es ist halt viel. Ich hab's jetzt auch hier oben, glaube ich, ein bisschen zu hoch gepackt. Du kannst damit auf jeden Fall was machen. Oder halt aufs Dekolleté oder in die Haare oder so für ein Festival. Kann man mit Sicherheit was Tolles machen. Die pinke Seite gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist ein bisschen erwachsener. Es ist ein erwachsener, pinker Look, ne? Der ist nicht so schreiend, der ist nicht so laut. Mag ich gerne. Alright, Freunde. Wir haben tatsächlich noch was für die Lippen. Und das sind Lip-Topper. Gibt's in zwei verschiedenen Farben. Einmal in so einem schönen Kupferton. Das ist die Farbe Gold. Und einmal in der Farbe Holo. Der ist durchsichtig. Ich trage ihn mir jetzt erstmal so kurz auf. Einfach um zu sehen, wie er ohne Liquid Lipstick oder ohne Lippenstift mit aussieht. Erstmal Gold. Uh. Sehr wet. Ist kein Gloss. Ist wirklich nur so ein... Uh. Krass. Hm. Ist ganz spannend. Weil er aussieht wie ein Gloss. Ich sehe jetzt natürlich nicht viel Farbe. Aber der ist wie so ein Silky-Touch an Farbe. Der ist ein bisschen rosästichiger. Wahnsinnig gut. Das ist geil. Weil der... Wenn du dieses Gefühl von gepflegten Lippen magst. Aber nicht so dieses Ultra-Glossy. Dieses Ultra-Pigmentierte. Sondern nur so ein... Dass die Lippen aussehen, als hättest du viel getrunken. Das ist es. Ich will jetzt trotzdem meinen Liquid Lipstick runtergeben. Beziehungsweise einen Lip Liner. Dann gehe ich mit dem goldenen Ton rüber. Ganz zart. Ganz subtil. Nicht so... Nicht so... Das klingt immer so doof. Aber es sieht nicht so billig aus. Diese Ultra-Ultra-Ultra-Ultra-Glossy-Dinger sehen immer, finde ich, so ein bisschen cheap aus. Das ist sehr, sehr edel. Wenn du das in, weiß ich nicht, in eine Dior-Verpackung machen würdest und sagen würdest, Das ist der Ultimate... Les Ultimatöse Lip Toppers. Keine Ahnung. Nice. Sehr, 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 sehr gut. Favorit aus der Kollektion. Aufregend. Freunde, Tatsache. Also, der Topper war mir, glaube ich, auf den Augen ein bisschen zu viel. Kann man aber vielleicht als... Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Ja, das mag ich lieber. Das ist Festival. Das ist Sommer und dafür ist es nice. Oder du gibst dir das auf die Haare, wo auch immer du gerne glitzern möchtest. Puder. Sehr, sehr gut. Habe ich tatsache nichts anderes erwartet, weil ich ja die Formulierung schon kannte. Mein Favorit ist aber definitiv dieser Lip Topper. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Kollektion gefällt. Die sollte in den nächsten Tagen auf jeden Fall zu euch in die Drogerie kommen. Und da würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.